Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP und IOTA Update Video. Ja, es ist Freitag, es ist wieder Zeit über XRP zu berichten. Was macht der Chart? Was machen die News? Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt in dem heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Glocke aktivieren und kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock auf Trades habt und ein bisschen Talk auch über XRP. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch. Momentan traden wir bei XRP ungefähr bei 0,37 US-Dollar. Der Downtrend hat sich leider ein bisschen fortgesetzt. Wir hatten nochmal so zu dieser EZB-Sitzung an dem Tag am Mittwoch nochmal so einen kleinen Pump, haben es aber nicht geschafft ein höheres Hoch zu bilden. Nicht mal der WIC hat gereicht, um dieses Hoch rauszunehmen. Das ist natürlich nicht unbedingt bullish für XRP. Deswegen Downtrend verstärkt. Wir befinden uns jetzt auch in einem Descending Triangle. Descending Triangle natürlich sehr, sehr bearish und bricht in, wie sagt es mal, 70% der Fälle nach unten hin aus. Und wir schauen uns mal ganz kurz unser Preisziel an, was das bedeuten würde. Sollten wir jetzt hier im Breakout hinlegen, wären wir bei ungefähr 0,33 US-Dollar. Das würde ungefähr hier mit dieser Supportzone übereinstimmen, mit unserem Low. Also die Chance, dass wir nach unten hin ausbrechen und nachdem die Märkte sowieso ein bisschen angespannt ist, ist relativ hoch. Könnte einen größeren Crash für XRP bedeuten. Wir schauen uns das mal ganz kurz. Prozentualern wären ungefähr nochmal 10%. Wäre auch aber meines Erachtens wiederum ein guter Nachkaufpunkt, um Spot-Einkäufe zu tätigen oder seine XRP-Bestände ein bisschen aufzufüllen. Weil die Seitwärtsphase hat jetzt einfach wieder gezeigt, es fehlt momentan. In der momentanen Situation, auch wenn die Newslage von Woche zu Woche teilweise besser wird, fehlt einfach dieses Momentum, dieses bullische Momentum bei XRP. Und dann würde vielleicht so ein 10% Dump vielleicht nochmal ganz gut tun, um nochmal ein bisschen Liquidität hier unten zu sammeln und dann ein wirkliches schönes Breakout hinzulegen. Dazu nämlich auch nochmal gleich News. Ripple, letzte Prozessphase hat begonnen. Ja beide, also Ripple und die SEC haben jetzt ihre Anträge für das Schnellverfahren eingereicht. Also es wird sich jetzt langsam dem Ende hinneigen, hat auch Brad Garninghouse bekannt gegeben. Ja, jetzt wird es halt interessant werden. Bisher, also laut Ripple, hat die SEC nicht, sag ich mal, beweisen können, dass es sich bei Ripple hier wirklich um Wertpapier handelt. Ganz ehrlich, das glaubt auch keiner. Also keiner wird glauben, dass es hier ein Wertpapier ist. Und es verdichten sich natürlich immer so die Gerüchte. Und wir haben ja letzte Woche schon Artikel gelesen, wo davon ausgegangen wird, dass wir im Januar, also vielleicht erst im ersten Quartal 2023 womöglich eine Entscheidung sehen. Oder es da immer mehr bullische News gibt. Deswegen sehe ich das alles, was wir hier momentan einfach noch traden, alles noch als schöne Akkumulationsphase, schön als Nachkaufpunkte für ein möglicherweise bullisches 2023. Weil ich nächstes Jahr sowieso von steigenden Kursen generell ausgehe und nicht nur bei XRP. Deswegen könnte es ganz, ganz gut hier nochmal Nachkaufpunkte werden. Wir schauen mal ganz kurz auf den Daily Chart. Auch hier sehen wir, das Volumen ist deutlich aus dem Markt gegangen. Das bestätigt einfach hier nochmal unseren Downtrend, den wir hier haben. Und es würde sehr, sehr viel dafür sprechen. Und da haben wir auch schon in den letzten Freitagen immer wieder drüber gesprochen. Wir haben auf dem Daily Time Frame hier noch sehr, sehr viel Volumen in diesem Bereich, um die 0,34, 0,33. Also würde es sehr, sehr gut passen, wenn wir einfach nochmal diesen kleinen, in Anführungszeichen, Dump sehen. Crash würde es jetzt nicht in den 10%, ist jetzt einfach nochmal ein kleiner Dump. Wir hätten dann hier unten nochmal einen schönen Nachkauflevel, bevor wir dann möglicherweise hier wirklich, sage ich mal hier, so einen kleinen Bounce nach oben hin sehen können. Und wirklich mal Richtung 0,44 US-Dollar-Cent angreifen könnten. Das wäre das Wunschszenario. Wir ziehen nochmal ganz kurz das Golden Pocket, beziehungsweise unser Fibonacci Retracement Level. Was das dazu sagt, würde genau mit einstimmen. Also so zwischen 0,35 und 0,33, wo das 0,786 liegt. Normalerweise testen wir teilweise immer noch das 0,786er und das liegt eben auch genau da, wo das technische Preisziel von unserem Descending Triangle ist momentan. Also es spricht mehr für Downside. Wir haben es nicht geschafft, die 200er SMA-Linie hier zu durchbrechen. Immer wieder zurückgewiesen worden, zeugt nicht von Stärke. Deswegen nochmal einen Gang zurücksetzen, bevor wir dann wirklich mit gutem Gewissen vielleicht eine Rallye starten könnten. Die News-Lage ist, wie gesagt, etwas besser als der Kursverlauf momentan. Aber das Volumen ist einfach deutlich zu wenig für ein nachhaltiges Breakout im RSI. Sind wir einfach in einem neutralen Bereich. Wenig Bewegung hier. Trotzdem dieses Descending Triangle mit eben dem Golden Pocket in Verbindung oder 0,786er und der Liquidität, die hier unten liegt, ist einfach zu verlockend, als wenn wir das nicht holen und von hier aus dann einen Breakout schaffen. Und dann gilt es natürlich, die 0,41 US-Dollar wirklich mal mit einem Daily Close zu durchbrechen. Und wenn wir das schaffen, dann kann XRP mit Bullish News vielleicht im Januar dann endlich mal ein gescheites Breakout hinlegen. Gut, soviel zu XRP. Wie gesagt, vor Weihnachtszeit ein bisschen ruhiger dort. Auch mal im Kursverlauf trotzdem ein bisschen bearish. Schauen wir auf IOTA. IOTA sieht nicht gut aus. Ich habe weiterhin, bin ich immer noch nicht in IOTA investiert. Ich habe gesagt, ich gebe bekannt, wenn ich hier wieder, sage ich mal, einsteige. Ich habe ja, wie gesagt, alles verkauft bei IOTA. Das habe ich in den letzten Videos schon gesagt. Aber die Lage ist nicht gut. Gut, wir haben jetzt hier diesen grünen Support gebrochen. Wir sind jetzt hier in dieser nächsten Supportbox, die jetzt auch schon des längeren hält, auch wieder so richtig am Kämpfen. Also man sieht es hier auf dem Daily Time, wir hatten hier schon WIG da drunter. Größeres Abverkaufsvolumen. Also der Abverkaufsdruck ist da. Wir haben nicht mal hier die Chance nutzen können. So ein kleines Falling Wedge, wo hier angedeutet wurde, nicht mal das hat gehalten. Wir sind durch unseren Support gefallen. Den können wir jetzt auch erst mal wegmachen. Also IOTA sieht nicht Bullish aus. Das ist für mich weiterhin kein Kaufgrund. Wahrscheinlich werde ich mir erste Limit Orders setzen. Aber hier bitte nur Spot, keine Trades oder sowas. Spot hier unten in der Region um 0,15. Hat aber auch damit zu tun, IOTA weiterhin in der engeren Auswahl EU, CBDC und so. Auch wenn das überhaupt nicht Sinn und Zweck ist, dass wir hier IOTA, sag ich mal, als CBDC dann im Hintergrund benutzen, weil ich CBDCs überhaupt kein Fan davon bin. Aber trotzdem, das wäre dann so für mich ein größerer Push, sag ich jetzt einfach mal, hier wieder einzusteigen bei 0,15 US-Dollar-Cent. Einfach aufgrund dieser Supportzone, man sieht es hier drüben, bounce dann darauf extremer. Dann kam natürlich nochmal der Covid-Crash hier drüben, muss man natürlich auch dazu sagen, war das Covid-Crash? Ja, war Covid-Crash. Kann man meines Erachtens sich wirklich werten und danach haben wir hier auch wieder ein bisschen Struggle gehabt, hier drüber zu kommen. Also das wäre dann wirklich Endlevel, würde aber auch ganz ehrlich zu unserem Downtrend, den wir hier eingezeichnet haben, absolut noch passen, dass wir hier einfach noch ein bisschen runterstängeln, dann hier unten im Bounce hin und dann das Breakout. Also für mich, nach jetzigem Stand, erste Spotkäufe, erst in dem Bereich der 0,15 US-Dollar-Cent, wir schauen mal, was das Prozentual jetzt noch ist, wären halt nochmal 15 bis maximal 30 Prozent und das ist ordentlich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die traditionellen Märkte und die normalen Märkte einfach momentan noch deutlich, deutlich nachlassen können, dann sind die 15 bis 30 Prozent bei IOTA überhaupt nicht zu unterschätzen, beziehungsweise überhaupt nicht unmöglich. Wir können jetzt vielleicht nochmal hoffen, wenn wir jetzt hier auf den Daily-Chart blicken, sehen wir, momentan haben wir so eine kleine Bullish Divergence auf dem Daily, aber die Tage, ich würde jetzt erstmal noch übers Wochenende abwarten, was tut sich vor allem hier am Wochenende, weil momentan ist diese noch gültig. Hat aber für mich noch nicht diese Impulsivität, weil das Abverkaufsvolumen noch deutlich, deutlich höher ist. Wir zoomen das ganz kurz mal ran, damit ihr wisst, was ich meine. Sieht man hier, also hier hatten wir deutliches Abverkaufsvolumen und hier wieder die nächste Welle, auch mit deutlich, deutlich mehr Abverkaufsvolumen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt eine kurze oder kleine, knackige Zwischenrallye sehen bis ungefähr 0,20 und dann einfach der Downtrend weitergesetzt wird, aber momentan Bullish Divergence würde ich aber nicht longen. Das Risiko ist einfach zu hoch, weil das Abverkaufsvolumen zu hoch ist, auch wenn wir jetzt unseren Traders Reality Indikator anmachen. Klar, wir haben hier die erste Stopping Volume, die hatten wir aber hier drüben auch schon und trotzdem ging der Kurs weiter runter. Also da würde ich momentan einfach nicht darauf vertrauen. IOTA nicht Bullish, XRP nicht wirklich Bullish vielleicht bis nächste Woche, dann müssen wir mal gucken, so Weihnachtswoche und so, was da dann überhaupt noch geht. Also momentan beide Coins eher ein bisschen abwarten. XRP längerfristig Bullish, IOTA müssen wir gucken, ob irgendwann früher oder später mal eine Nachkaufzone getriggert wird. Und momentan würde ich auch hier erst einmal davon abraten, bis wir hier ein bisschen Stabilität reinkriegen. Vielleicht stabilisieren wir uns jetzt auch erstmal hier ein bisschen an dieser Zone oder an unserem Downtrend. Dann wäre es ganz gut, vielleicht kriegen wir dann die Stabilität rein, aber momentan würde ich einfach davon abraten. Gut, und das war es wie immer zu unserem XRP und IOTA Ausblick. Jeden Freitag, also wenn ihr Bock habt, jeden Freitag auf XRP und IOTA bzw. den zweiten Coin, schaut gerne vorbei, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen früh wahrscheinlich wieder zu einem Update-Video. Grüße gehen raus an die XRP Bros, Sinan und Luis. Immer wieder schön. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.